Schönen guten Abend. Mein Name ist Jnana Chandra, etwas unaussprechlich. Ich will aber auch auf die Kurzform Chandra, allein schon mein Nachbarn zu lieben. Das ist mein buddhistischer Name. Ich bin Angehörige des westlichen buddhistischen Ortes, deswegen treibe ich auch dieses Leben und Anzeichen meiner Ordination. Und der Westkete-buddhistische Orden ist die Gemeinschaft von Praktizierenden, die dieses Zentrum hier ins Leben gerufen hat und im Wesentlichen hier lehrt, mit Hilfe von vielen, vielen anderen Buddhistinnen und Buddhisten, die nicht den Orden angehören. Das ist der Kern der Gemeinschaft an diesem buddhistischen Zentrum hier. Ja, ich habe diesen Frustrag heute Abend. Erstmal muss ich sagen, ich bin total überrascht, dass Sie da sind, weil ich hatte mich schon morales, zwei, drei Leute eingestellt, weil ich dachte, kein Mensch traut sich am Vorabend der Love Parade mit dem Auto in die Innenstadt. Ich hatte erwartet, dass alle Gehwege zugepackt sind, aber so wild ist es dann doch nicht. Insofern mutig, dass Sie es nicht getraut haben, ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Schön, dass Sie da sind. Ich habe diesem Vortrag den Titel gegeben, Kompass des Herzens, Zufluchtnahme im Buddhismus. Und ich möchte mit diesem Bild beginnen, mit dem Bild des Kompass. Also was ist ein Kompass? Ein Kompass ist ein kleines, oft unscheinbares Gerät, ziemlich simpel gebaut, was ein Hilfsmittel zur Orientierung ist. Dass ein Kompass hilft uns, uns zu orientieren. Das heißt, wenn wir in einer fremden Umgebung sind, in Kombination mit einer Landkarte, kann uns der Kompass zeigen, wo wir sind und wo wir hin müssen. Er kann uns in unwegsamen Geländen wie in einem Wald daran hindern, im Kreis zu gehen, sondern wenigstens in eine Richtung zu bleiben, eine Richtung zu halten. Und er ist ein objektives Hilfsmittel, was immer wieder unser subjektives Gefühl abgleicht mit der Wirklichkeit. Gerade auf so verschlungenen Waldrägen, da denkt man, ja, ich bin jetzt so ungefähr immer gerade ausgegangen, aber mit all den Kurven weiß man es nicht. Und der Kompass ist so, was man wirklich prüfen kann, ist mein Gefühl, ist es richtig? Da bin ich wirklich in mein Richtung Süden gegangen, angenommen, das bedeckt man, sieht die Sonne nicht. Das heißt, ein Kompass ist ein Hilfsmittel zu orientieren. Und Orientierung ist ein ganz interessantes Phänomen. Räumlich ist heutzutage es nicht mehr sonderlich schwierig, sich zu orientieren. Wenn ich mir vorstelle, wie Menschen wohl die Erde erlebt haben vor tausenden von Jahren, wo vielleicht alles, was über den Hobelsmann war, völlig unbekannt hat, weil man keine Ahnung hatte, was da liegen mag. Und wie wir heute sozusagen uns zu Hause fühlen, in unserer Stadt, in unserem Land, auf dem ganzen Planeten. Wenn wir ein Reise unternehmen, können wir uns das Uhr in Google Earth angucken, ganz genau, wie wir danach fahren. Also unsere Erde ist sehr gut kartografiert. Und viele Autos haben jetzt schon ein Navigationssystem. Das wird ja nicht mehr lange dauern, bis wir alle unser Navigationssystem mit dem Handy in der Hosentasche tragen. Das heißt, räumlich ist heutzutage Orientierung kein Problem mehr, solange die Technik nicht versagt. Aber im Gegensatz dazu habe ich das Gefühl, in einem mehr weiteren Sinne ist Orientierung heute schwerer, als sie früher war. Also wenn es um Werte oder um Ideale geht, oder um das, was im Leben wichtig ist, Normen, ethische Vorstellungen, da ist die Orientierung vielleicht heute viel schwerer, als vielleicht noch vor ein paar hundert Jahren. Vor ein paar hundert Jahren war, oder vielleicht noch einige hundert Jahre, aber das Weltbild noch relativ einheitlich und stabil. Man dachte, man wüsste, wie die Welt sei und wie die zusammenhängt. Man wusste, was sich gehört und was sich nicht gehört. Was Männer zu tun haben und was Frauen zu tun haben im Leben. Normen waren klar. Ob das besser war, will ich jetzt nicht behaupten, aber es war zumindest klar. Und heutzutage stehen wir von einem ungeheuren Wirra an verschiedenen Weltanschauungen, an verschiedenen Systemen von Denken und von Werten und müssen uns in diesem System zurechtfinden. Das heißt, die Orientierung im eigenen Leben fällt vielleicht schwerer, als sie früher gefallen ist. Wir haben viel, viel mehr Freiheit, aber viel, viel weniger Anhaltspunkte, auf die wir uns verlassen können. Also wir haben die Wahrheit zwischen ganz vielen verschiedenen Weltanschauungen. Wir haben alle Weltreligionen zur Auswahl. Das hatten Menschen früher nicht, weil sie gar keinen Zugang dazu hatten. Wir haben die großen Religionen, das Christentum ohnehin, die Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus. Und dann haben wir religionsähnliche Weltanschauungen der neueren Zeit. Wir haben den Materialismus, der ist natürlich sehr alt, aber in seiner neueren Spielart, den Kapitalismus, ist er noch nicht ganz so alt, aber sehr populär. Man könnte sagen, es ist ein Glaubenssystem. Auf jeden Fall ein Wertesystem. Und auf der subjektiven Ebene ist das vielleicht Konsumismus. Die Religion, die sagt, konsumiere, das macht glücklich, das ist das Wichtigste, kaufe. Haben ist Sein, haben ist Glück. Je mehr Erlebnisse und Reisen und Güte du anhörst, wirst du besser. Eine Religion wäre wahrscheinlich unbewusst doch recht viele Folgen. Ich sage das ein bisschen provozierend, Religion aber bewusst. Dann haben wir natürlich im vergangenen Jahrhundert den Kommunismus, als erstes, dass man durchaus als eine Religion oder ein sehr starkes Glaubenssystem beschreiben kann, was nicht mehr so populär ist. Wir haben Humanismus. Und wir haben wahrscheinlich in unserem eigenen Leben, die meisten Leute, glaube ich, kombinieren verschiedene Elemente von diesen verschiedenen Weltanschauungen, auch vielen anderen, die ich nicht genannt habe. Wir machen uns eine persönliche Mischung aus verschiedenen Wertsystemen und wurschteln uns damit so durch. Ich will niemandem Unrecht tun. Vielleicht haben sie ganz klare Wertsysteme. Aber ich glaube, für viele Leute ist es wirklich so, dass man verschiedene Kompasse in verschiedenen Taschen hat. Und je nach Situation holt man mal den einen raus und mal den anderen. Man hat nicht nur einen allgemein gültigen Kompass, sondern verschiedene Situationen. Wenn man, um mit dem Bild vom Kompass zu bleiben, wenn man sich einen Kompass ganz bewusst wählt, oder vielleicht den einen ablegt und den anderen wählt, also ein neues Orientierungssystem sich wählt, das ist, was man Konversion nennen könnte, zumindest wenn es sich um Religionen handelt. Also man konvertiert zu einer Religion. Man tritt von einer anderen Weltanschauung zu einer bestimmten Religion über. Das bekannteste Beispiel, was wir kennen im Westen, ist natürlich der Eintritt ins Christentum. Wie wird man Christ? Das ist uns allen bekannt. Man wird Christ durch Taufe. Sieht unterschiedlich aus in den verschiedenen christlichen Traditionen, aber einige Elemente davon sind in allen christlichen Traditionen gemein. Und zwei wichtige Aspekte, nicht die einzige, aber zwei wichtige, ist das Reinwaschen. Die Idee, dass jemand, der zum Christentum übertritt, reingewaschen wird von seiner angeborenen Schuld, von der geerbten Schuld. Dann wäre das Ritual des Waschens. Und ein anderes ist das Beitritt, ein anderer Aspekt der Taube, der Beitritt zu einer Glaubensgemeinschaft, einem Glaubensbekenntnis, das man ablegt. Nun können kleine Kinder, die Kindstaufe ist ja bei uns sehr üblich gewesen, können dieses Glaubensbekenntnis noch nicht ablegen. Das tun stellvertretend für sie die Paten, die sich verpflichten, das Kind in diesem Glauben, in dem christlichen Glauben zu erziehen. Also das ist das Reinwaschen von Schuld. Und das Annehmen eines Glaubens sind wichtige Elemente des Übertritts zum Christentum. Genauso wie das Glaubensbekenntnis an sich ein wichtiger Facette ist von Christen. Also wenn man jetzt fragen würde, was macht ein Christen aus? Oder was ist ein Christ? Man würde jetzt so aus dem Nichts schnell eine Definition suchen. Dann würde man sagen, das ist jemand, der an Gott glaubt und an Christus. Und wahrscheinlich noch ein paar andere christliche Lehren. Das ist das, was ein Christen vor allem macht. Dass er eben an den dreifältigen christlichen Gott glaubt. Er sollte auch danach leben. Das ist wahrscheinlich auch wichtig. Aber ich behaupte einfach mal, dass das Glauben wichtiger ist, als das danach Leben. Ich denke, nach wirklich konventioneller christlicher Auffassung, da gibt es sicherlich auch andere Strömungen, ist jemand, der ein ethisches Leben führt, aber nicht an Gott glaubt, kann nicht erlöst werden. Während jemand, der wirklich glaubt, aber es nicht schafft, danach zu leben, immer noch eine Chance auf Erlösen hat. Das heißt, der Glauben ist wirklich absolut wesenhaft für das Christentum. Das ist der Glaube an Gott, der erlösend wirkt. Ganz zentrale Sache. Und weil wir das Christentum so recht gut kennen in unserer Kultur, denken wir, das sei für andere Religionen auch so. Dass andere Religionen auch in ihrem Zentrum, in ihrem Kern Glauben haben. Ich erinnere mich immer ganz gerne an meine Tochter, die ist heute zwölf, aber als die so in den Kindergarten kam, als sie so dreieinhalb, vier Jahre alt war, kam dies erstmal überhaupt mal mit christlichen Dingen, Gebet und sowas in Berührung. Und dann kam sie eines Tages nach Hause und meinte sehr überzeugt, wir glauben an den Buddha. Nicht wahr, Mama? Wir glauben an den Buddha. Und das dachte sie immer wieder über einige, vielleicht so zwei Jahre oder so. Und ich habe ihr auch nie gesagt, nee, nee. Aber ich fand das so befremdlich, weil das hat sie nie von mir gehört. Ich habe nicht mal gesagt, wir sind Buddhisten. Sie war davon umgängig von Buddhas auf dem Brotkasten und auf dem Klavier und die Eltern, die meditieren. Aber wir haben nur gesagt, wir sind Buddhisten oder wir glauben an den Buddha. Das ist eine Formulierung, die würde ein Buddhist so nie wählen. Buddhisten sagen, ich nehme Zuflucht zum Buddha. Aber sie sagen nicht, ich glaube an den Buddha. Aber was sie gemacht hat, machen wahrscheinlich viele andere Menschen auch. Wenn ihnen das, was uns bekannt ist und übertragen das auch was Unbekanntes. zum Denken. Wahrscheinlich ist das, was viele Leute so auf der Straße denken, wenn man denkt, das ist ein Buddhist. Ja, das ist jemand, der an den Buddha glaubt. Aber im Buddhismus spielt Glaube eigentlich gar keine Rolle. Das ist immer so einer der Sätze, die man auch anfechten kann. Aber ich lasse ihn einfach mal so stehen. Im Buddhismus spielt Glaube in diesem Sinn und an etwas Glauben, was man nicht wissen kann, keine Rolle. Buddhismus ist seinem Wesen nach kein Glaubenssystem. Im Buddhismus gibt es zum Beispiel kein Glaubensbekenntnis wie im Christentum. Im Christentum gibt es das christolische Glaubensbekenntnis, was wir vielleicht alle noch als Kinder gelernt haben. Im Buddhismus gibt es sowas nicht. Wenn man sagen würde, ich glaube an Wiedergebot und ich glaube an... Das gibt es nicht im Buddhismus. Wenn man zum Buddhismus übertritt, das ist ein Einfachsritual, was nichts mit Reinwaschen von Sünde zu tun hat, sondern es ist auch eine Art von Bekenntnis. Und zwar spricht man die Worte Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Das ist die buddhistische Lehre. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Das ist die Gemeinschaft der Übenden. Und man bekennt sich zu fünf ethischen Grundsätzen. Das sind Gewaltlosigkeit, das Prinzip von Nichtverletzen, das Prinzip von Nichtzunehmen, was mir nicht gehört. Stehlen wir die größte Form davon, aber es gibt auch subtilere Formen davon. Das Prinzip, dass man auch in seiner Sexualität sich selbst und andere nicht verletzt und ausbeutet. Das vierte ist Verhaftigkeit, Aufrichtigkeit. Nicht lügt und auch nicht sonst versucht zu täuschen. Und das fünfte, fünfte Grundsatz, dass man versucht, seinen Geist klar zu halten. Also, gut, mein Geist ist nicht immer klar, aber wenigstens versuche ich nicht, Alkohol zu mir zu nehmen oder andere Dinge, Substanzen oder irgendetwas zu mir zu nehmen, was mein Geist wirklich trübt. Den Geist klar zu halten als Buddhistin. Das sind diese fünf ethischen Grundsätze. Also, ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dama, Sangha und ich werde mich bemühen, diese fünf Grundsätze zu üben. Das ist, was man sagt, im Gegenwart einer straordinierten Buddhisten oder Buddhistin und damit ist man Buddhist formell. Mehr gehört nicht dazu. Man spricht die Gurte nach und man spricht sie vor, man spricht sie nach und damit ist man formell zum Buddhismus übergetreten. Wenn man sich diese Formulierung genau anschaut, kann man sagen, dass es auch eine Art Bekenntnis, aber es ist kein Glaubensbekenntnis. Man sagt darüber nichts, dass man irgendwas für wahr hält oder dass man an etwas glaubt, sondern man sagt eher, dass man etwas will. Das ist eine Willensbegründung. Ich nehme Zuflucht und ich werde mich bemühen, folgende Regeln zu halten. Das ist eine Willensbegründung, eine Absichtserklärung. Und das ist, was Zuflucht nehmen, ich sage jetzt in dem Moment noch nicht so viel zu Buddha, Dharma, Sangha, das sage ich an später Stelle. Zuflucht nehmen, sage ich jetzt einfach mal, bedeutet in dem Zusammenhang, man orientiert sich an diesen drei Dingen, an dem Ideal des Buddha, an seiner Lehre und seiner Gemeinschaft. Man orientiert sich an diesen Werten, an diesen Idealen und man versucht sich darauf zuzubewegen. Das ist, was man erklärt in diesem sehr einfachen Ritual des Übertritts zum Buddhismus. Ganz knapp kann ich sagen, Buddha, ich orientiere mich an Buddha, heißt nicht unbedingt der historische Buddha, der vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt hat, weil das habe ich mit ihm zu tun. Wie kann ich zu dem Zuflucht nehmen? Ich kann mich an ihm orientieren als Beispiel. Aber man könnte sagen, es ist das Ideal, dass so etwas erreichbar ist, dass so etwas wie Erleuchtung oder Erwachen, und Buddha heißt wirklich Erwachen, der Erwachte, dass Erwachen oder Erkenntnis möglich ist. Dieses Ideal, daran orientiere ich mich, das ist etwas, da möchte ich hin. Das ist das Erste, was ich sage, wenn ich sage, ich nehme Zuflucht zum Buddha. Und ich orientiere mich auch an dem Dharma, das heißt an dem ganzen Netz, an dem ganzen Korb von verschiedenen Methoden, die entwickelt worden sind, um das umzusetzen. Und ich orientiere mich an der Gemeinschaft derer, die mich darin unterstützen, das umzusetzen. Ich sage zu den dreien Buddha, Damsanga, an später Stelle. Also Buddhist zu sein oder Buddhist zu werden, heißt nicht, dass ich mich bekenne zu etwas Übersinnlichem. Ich glaube an etwas, was ich nicht mit meinem Sinn überprüfen kann. Ich muss noch nicht mal sagen, ich glaube daran, dass es Erleuchtung gibt. Ja, Erleuchtung gibt es, glaube ich dran. Oder Wiedergeburt gibt es, glaube ich dran. Als ich im Aufnahmen in diesen Orden gebeten habe, war ich überhaupt nicht sicher, ob ich an Wiedergeburt glaube. Mein Lehrer ist da total pragmatisch, der wurde mal von einem Schüler gefragt, muss man als Buddhist an Wiedergeburt glauben? Ist ja für uns Vestler nicht so leicht. Meinst du nicht unbedingt? Wenn du halt nicht an Wiedergeburt glaubst, musst du in einem Leben Erleuchtung erlangen, musst du dich halt mehr anstrengen. Fand ich sehr pragmatisch. Buddhismus lehrt Wiedergeburt. Aber das ist nicht schlimm. Buddhismus erwartet nicht, dass man es glaubt. Sondern es ist eine These, die in den Raum gestellt wird. Und es ist hilfreich, wenn man zumindest einen offenen Geist dafür hat, dass es so etwas geben könnte. Ja, dass es möglich ist, dass Bewusstsein nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht. Und es ist natürlich hilfreich, wenn man glaubt, dass es andere Bewusstseinsverfassungen gibt, höher als die, die ich jetzt habe. Weil warum sollte ich sonst üben? Warum sollte ich sonst praktizieren? Aber ich muss nicht sagen, daran glaube ich. Ich muss mich dem nicht erschreiben, weil ich kann es noch nicht wissen. In aller Demut sage ich, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich nehme Zuflucht zu diesem Ideal. Ich finde dieses Ideal so schön, dass ich ihm folgen möchte. Und dann werde ich herausfinden, ob es das gibt oder nicht. Und diese Ansätze, von dem, was wir vom Christentum kennen und von dem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben im Buddhismus, die Ansätze sind so unterschiedlich, dass die frühen Buddhisten in Europa das ein bisschen missverstanden haben. Wir haben Buddhismus anfangs als eine ganz einseitige Vernunftsreligion beschrieben. Die ersten Bücher, auch im Deutschen, die erschienen über Buddhismus, haben den Buddhismus als eine Religion der Vernunft angepriesen. Nur Vernunft. Da braucht man nichts, an nichts Irrationales zu glauben. Da ist was dran, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Der Buddhismus spricht nicht nur die Vernunft an, sondern auch die Gefühle, auch die Vorstellungskraft, auch was Mythischeres. Das ist durchaus nicht nur eine Religion des Verstandes. Und auch Vertrauen hat einen Raum im Buddhismus. Auch wenn ich sage, Buddhismus spielt Glaube keine Rolle. Glaube als Ersatz für Wissen. Aber Vertrauen ist schon wichtig. Dass man zumindest provisorisch vertraut, ich probiere mal, Meditation könnte was bringen. Ich probiere es mal. Ich muss nicht sagen, ich weiß, dass es was bringt, weil das kann ich ja nicht sagen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Aber ich kann es für möglich halten, einen Vorschussvertrauen geben, dann prüfen, wie wird es denn in meiner Erfahrung? Hat es die Wirkung, die es versprochen hat? Das Vertrauen wächst in dem Maße, wie ich selbst Erfahrung sammle. Und diese Art von Vertrauen ist eine wichtige Eigenschaft für den Buddhisten. Aber es ist nicht das Gleiche wie ein blinder Glaube. Der Buddha selbst, das ist eine Erzählung, die überkommt schon nicht jeden zweiten Vortrag hier vor. Aber es war so eine wichtige Aussage des Historischen, wo dann in den frühesten Schrichten findet man eine kleine Szene, wo er zu seinen Schülern sagt, so wie ein Goldschmied, wenn er Gold angeboten bekommt von einem fahrenden Händler, so wie er dieses Gold im Feuer prüft, um es auf Reinheit zu prüfen, damit er nichts anderes untergegibelt bekommt, so wie er dieses Gold im Feuer prüft, so sollt ihr mein Wort prüfen. Glaubt mir nicht, sondern prüft sie für euch selbst. Und erst dann, wenn ihr sie geprüft habt, nehmt sie an. Ich vermute, das hat kein anderer Religionsgründer zu seinen Schülern gesagt. Glaubt mir nicht, prüft. Zurück zu dem Begriff des Zufluchtnehmens. Ja, ich nehme Zuflucht. Lassen wir mal Buddha, Buddha, Dhamas, Sangha beiseite. Ich nehme Zuflucht. Das ist ja ein eigenartiger Begriff, eine befremdliche Formulierung. Man findet diese Formulierung auch in den frühesten buddhistischen Schriften. Man findet das sehr oft. Das sind dann meistens so kleine Szenen. Der historische Buddha vor zweieinhalbtausend Jahren ist irgendwo unterwegs, rastet vielleicht, hat gerade eine Mahlzeit zu sich genommen. Leute kommen zu ihm. Manchmal kommen Leute sehr respektvoll, bitten um eine Unterweisung. Manchmal kommen aber auch Philosophen, ein paar Mahnen, gebildete Menschen, die vielleicht auch vorher schon gesagt haben, na, der soll mir nichts erzählen. Mit dem werde ich mal ein ordentliches philosophisches Streitgespräch führen. Dem will ich es mal zeigen. Dem provoziere ich ein bisschen. Und es kommt zu einem Austausch, wo der Buddha etwas fragt und vielleicht etwas erklärt, etwas Beispiel, Gleichnis erzählt. Und nicht immer. Alleswegs immer. Manchmal reden Leute davon und denken, das ist ein arroganter Pinsel. Ich glaube dem trotzdem nicht. Ich habe andere Überzeugungen. Aber sehr oft passiert es dann, dass spontan, irgendwann in dem Austausch, was passiert in dem Zuhören. Und er sagt, ah, jetzt verstehe ich das. Und wunderbar. Es ist, als ob ein Licht ins Dunkel gebracht worden wäre. Zum Buddha nehme ich Zuflucht. Zu seiner Lehre nehme ich Zuflucht. Und zu seiner Gemeinschaft nehme ich Zuflucht. Also jemand hat irgendetwas gehört, was so wirklich Klick gemacht hat. Und es ist ein spontaner Ausdruck von, ja, hierzu nehme ich Zuflucht. Zu diesem Lehrer. Dem kann ich mich anvertrauen. In seiner Lehre kann ich mich anvertrauen. Also ein sehr spontanes Geschehen. Für uns heute, auch für Buddhisten, die diese Worte ja auch regelmäßig rezitieren, ist das nicht mehr so spontan, sondern es klingt befremdlich. Ich nehme Zuflucht. Das klingt auch nicht sonderlich heldenhaft. Ich kämpfe oder ich strebe, aber ich nehme Zuflucht, klingt halt nach Fliehen und vielleicht ein bisschen nach Eskapismus. Das wird dem Buddhismus eh vorgeworfen manchmal. Man würde sich aus dem Trubel der Welt rausziehen wollen, auf ein nettes, sicheres Inselchen und den Bauchnabel betrachten. Und so ein Geruch kann dieses Wort Zuflucht nehmen auch haben. Und man könnte sich fragen, warum kann man das nicht moderner auch ausdrücken heutzutage? Könnte man im Deutschen nicht sagen, ich entscheide mich für Buddha, Dharma, Sangha oder ich übe mich darin, diese Ideale umzusetzen oder ich lege mein Vertrauen in diese Ideale. Da muss man ausrechnen, die Worte, ich nehme Zuflucht in die Wenden. Und ich denke, wenn man diese anderen Formulierungen wählen würde, würde man was verlieren. Die wären zwar unmittelbar ansprechender, aber man würde was verlieren. Also es lohnt sich, die genaue Formulierung Zuflucht nehmen genauer anzuschauen. Und wenn man sich den Begriff anschaut, ich kann darin drei verschiedene Elemente entdecken. Jetzt nehmen wir das mal ganz aus dem buddhistischen Kontext heraus. Wenn ich sage, ich nehme Zuflucht, nehmen wir zum Beispiel eine Situation, ich bin auf einer weiten, offenen Landschaft und ein Gewitter überrascht mich. Und es fängt an, heftig zu regnen und zu glitzen. Das Gewitter ist über mir. Das ist ein Moment, wo ich keine Zuflucht nehmen möchte. Ich suche irgendeinen Ort noch runterzustellen, um sicher zu sein vor diesem Gewitter. Das wäre eine Situation, wo man Zuflucht nehmen möchte. Und da sind drei Elemente drin. Erstmal ist etwas, wovor man fliehen möchte. Irgendetwas, was man nicht möchte. Man möchte nicht klatschnass werden und man möchte nicht von einem Blitz erschlagen werden, in diesem Fall. Also vor irgendetwas möchte ich weg. Etwas, was möglicherweise mein Leib, mein Leben droht oder meine Gesundheit bedroht. Was ich aus irgendeinem Grund als bedrohlich oder unangenehm erfahre. Also ich will weg von etwas. Ich fliehe von etwas. Das ist ein Aspekt. Der andere ist, es gibt irgendeinen Ort, der mir Sicherheit gibt. Etwa eine Zuflucht. In dem Fall ein Häuschen oder ein Schuppen, in den ich reinstehen kann. Also es gibt irgendetwas, wo ich sicher bin. Und das dritte Element, ich bewege mich darauf hin. Das Haus kommt nicht plötzlich, stellt sich über mich, sondern ich muss dahin rennen. Sonst werde ich Platz machst. Also das sind die drei Aspekte, die ich nacheinander betrachten möchte. Wovor flieht man? Wo findet man Sicherheit? In welcher Zuflucht? Was bietet Zuflucht? Und dieser Aspekt von Bewegung. Also erstmal, wovor wollen Buddhisten fliehen? Oder wovor wollen Buddhisten sich schützen? Das kann man verallgemeinern, weil ich glaube, das trifft nicht nur auf Buddhisten zu, sondern für alle Menschen im Allgemeinen. Wovor suchen Menschen Schutz in ihrem Leben? Am allgemeinsten kann man sagen, Menschen suchen Schutz oder scheuen sich vor unangenehmen Erfahrungen, vor all dem, was schmerzhaft oder leidhaft ist oder unangenehm ist im Leben. Das trifft, glaube ich, nicht nur für Buddhisten zu, oder? Das trifft, glaube ich, für alle Menschen. Im Buddhismus haben wir dafür einen schönen Sammelbegriff, für all diese weniger angenehmen Seiten des Lebens. Wir nennen das Dukkha. D-U-2-K-H-A. Dukkha. Und das wird oft übersetzt als Leiden. Leiden ist ein bisschen zu stark als Übersetzung. Dukkha ist eigentlich ein Sammelbegriff für alles, was unbefriedigend ist. Das kann, das muss nicht ein großes Leiden sein, sondern es kann auch einfach so etwas sein, wie ein bisschen Langeweile oder Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder meine Kinder sind beim Frühstück zu laut oder solche Sachen. Das sind nicht wirklich akutes Leiden, aber Sachen, die mich stören, Dinge, die unangenehm sind im Leben. Es gibt ein Gleichnis im Buddhismus. Es wird erklärt, das stimmt nicht wirklich, dass das Wort Dukkha aus den Silben Dukkha besteht und Dukkha heißt so viel wie schlecht und Dukkha wird auf Chakka zurückgeführt. Das ist das Rad. Ich glaube, das stimmt etymologisch nicht wirklich, aber das ist so eine populäre Erklärung dieses Wortes. Dann wäre also Dukkha ein schlecht sitzendes Rad. Jetzt stellen wir uns nicht unseren Mercedes vor, obwohl da wäre ein schlecht sitzendes Rad bei 200 auf der Autobahn wahrscheinlich auch unangenehm, sondern wir stellen uns so einen indischen Offsenkahn vor auf harten Wegen und wenn das Rad nicht ganz rund ist, sondern ein bisschen schlecht sitzt, dann ruckelt es unglaublich, während unser Ochse da entlang zuckelt. Und diese Erfahrung von es läuft nicht glatt, es ist immer irgendwas, was ein bisschen hakelt im Leben. Es ist nie perfekt. Schönstes Wetter, schönste Party, nette Leute, irgendwas, irgendein Missklang ist drin. Wenn man keiner ist, dann hält es nicht lange an. Aber irgendwie ist es nie perfekt. Oder? Bei mir. Also das ist eine Erfahrung, diese Erfahrung von Dukkha, von Unzufriedenheit, die das Leben durchzieht. Man hat es nicht ständig, aber man hat es immer und immer wieder. Und um zu verstehen, wie sehr es tatsächlich unsere Lebenserfahrung durchwebt, durchzieht, kann man drei Ebenen von diesem Dukkha unterscheiden, wie ich ganz hilfreich finde. Die erste, oder drei Formen. Die erste Form von Dukkha ist tatsächliches Leid. Etwas, das jetzt gerade mir unangenehm ist. Ich habe leichte Kopfschmerzen, oder die Straßenbahn draußen rattert vorbei, und das ist mir zu laut. Oder ich ärgere mich, weil eine Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz passiert ist. Oder ich ärgere mich, weil ich was nicht bekommen habe, auf was ich denke, was mir zusteht, oder weil ich im Stau stehe, oder es ist ein bisschen zu warm, ich schwitze, das ist unangenehm, oder es ist ein bisschen zu kühl, ich hätte es gern ein bisschen sonniger. Also diese kleinen unangenehmen Dinge, auf der körperlichen Seite, diese kleinen vielen Unbehagen, die wir haben, und auf der emotionalen Seite. Ich bin ein bisschen müde, ich glaube, das ist eine Form von Dukkha, die viele Leute kennen. Ein Gefühl von Müdigkeit, oder Lustlosigkeit manchmal. Das heißt, das sind Momente, die wir wahrscheinlich in jedem Tag haben, Momente von Unbehagen. Ich habe es jetzt in Unbehagen. Aber das ist nur ein Teil unserer Erfahrung, hoffentlich nicht der größte. Die zweite Ebene von Dukkha ist das, was man nicht aktuelles Leid, sondern potenzielles Leid nehmen könnte. Das ist ein bisschen, da muss man genauer hinschauen. Und zwar ist es die Art von Unbehagen, oder man könnte fast sagen Gefahr, die von all dem ausgeht, was wir lieben, was wir schätzen. Selbst dann, wenn wir genau das haben, was wir wollen, gerade dann, wenn wir genau das haben, was wir wollen, empfinden wir eine Gefährdung. Dann haben wir endlich diesen fantastischen Wagen, vor dem wir so lange gespart haben. Oh, hoffentlich kommt da nichts dran. Man will nicht mehr einen engen Parklücken parken, da könnte ich ja in die Schramme rankommen. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Also in all dem, was wir schätzen und was wir genießen, wissen wir, dass da eine Gefährdung drin ist. Wir wissen sogar, wenn wir wirklich nachdenken, dass es irgendwann garantiert, wir es wieder verlieren werden, weil alles vergänglich ist. Das wissen wir ja vom Kopf her. Der schönste Wagen ist irgendwann mal platt. Der Mensch, den wir sehr lieben, wird irgendwann mal sterben, ganz sicher. Die Dinge, die wir besitzen und schätzen, wenn wir sie bis unser Lebensende behalten können, was oft nicht der Fall ist, dann werden wir uns spätestens dann von ihnen trennen müssen. Das ist alles, alles, was uns Freude gibt, ist vergänglich. Wenn man sich diese Erfahrung stellt und die zulässt, ist da eine Menge Leid drin. Ich erinnere mich an die Erfahrung, als meine erste Tochter geboren ist und das Kind war gerade so ein Tag alt oder zwei, wo ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie so ein starkes Gefühl für einen Menschen empfunden. Und ich hatte dieses ganz starke Gefühl von, das ist eine große Gefährdung. Ich bin wirklich so verwundbar, wie ich noch nie zuvor war. Aber wenn diesem Kind was passieren würde, wenn jemand diesem Kind was antun würde, der Schmerz, den ich erleben würde, wäre größer als alles, was ich bisher an Schmerz hätte erfahren können. Das heißt, gerade das, was ich sehr schätze, wird mir auch am meisten wehtun, wenn ich es verliere. Das soll nun nicht unser Glück mies machen, weil ich denke, es ist wunderbar, wenn man seine Kinder oder meinetwegen auch seine Autos und seine Gärten und seine Aktien, was auch immer einem Glück schenkt, auch genießen kann, solange sie da sind. Aber es ist auch wahr, dass wir uns von all dem eines Tages trennen werden müssen. Und das ist ein Aspekt dieser Erfahrung von Dukam. Selbst das, was uns Freude schenkt, ist deswegen unbefriedigend, weil es vergänglich ist, weil es nicht dauerhaft ist. Und dann gibt es noch, als wäre das nicht genug, gibt es noch eine dritte Ebene von Dukka, die man existenzielles Leid nennen könnte. So dieses komische Gefühl, was jeder in seinem Leben irgendwann mal erlebt. Man nicht weiß, was es ist, man hat alles, was man will, man hat alles erreicht, was man wollte und irgendwie hat man das Gefühl, war es das? Irgendwie muss doch noch mehr dran sein. Namenlos, ungreifbares Unbehagen, was sich vielleicht gerade in der Midlife-Prisis ziemlich stark zeigt und was man vielleicht in der Pubertät auch stark erfahren kann. Und was gerade in den schönsten Momenten des Lebens manchmal kommt. Das Gefühl von toll, aber so what? Kommt da noch was? Das kann es doch nicht gewesen sein. Vielleicht ist es das Wissen irgendwo tief drin, dass das Leben, wie wir es kennen, eine zu kleine Kiste für das ist, was wir sein können. Dass wir, wenn wir uns in dieses normale Leben einfügen, irgendwas von uns hat da keinen Platz und als würde man einen zu großen Ballon in eine zu kleine Kiste versuchen zu pressen. Irgendwie guckt es immer raus. Also dieses Gefühl von da ist ein Potenzial in mir, da ist eine Möglichkeit in mir, die findet in dem Leben, wie ich es kenne, keinen Raum. So eine Ahnung. Und diese verschiedenen Ebenen von Unbehagen, Unbefriedigtsein kennt jeder Mensch. Das ist eine universelle Erfahrung. Das ist nicht was speziell buddhistisches, wobei der Buddhismus es besonders ausdrücklich benennt. Das ist das Grunderleben jedes Menschen. Das ist auch was uns miteinander vereinigt, womit wir verbunden sind. Wenn wir vor einem wildfremden Menschen stehen, wissen wir, diese Erfahrung hat dieser Mensch auch. Wenn ich nichts über ihn weiß, das weiß ich, von ihm, dass er die gleiche Sehnsucht nach Glück hat wie ich und das gleiche Erleben von ich hab's nie getan. Er trischt mir immer. Und es ist natürlich, dann vor diesen Erfahrungen fliehen zu wollen. Es ist natürlich, es ist vielleicht nicht gesund, aber es ist auf jeden Fall natürlich, dass man den Kopf schmerzweg haben will und dass man, wenn man im Fernsehen großes Leid sieht, eigentlich am liebsten ausschalten möchte, dass man einfach dieses Leid von sich schien will. Es ist ein natürlicher Impuls, wenn er auch natürlich nicht wirklich hilft. Vielleicht ist das heute sogar mehr denn je so, weil wir so eine Idee in unserer Kultur haben, dass wir ein Recht auf Glück haben, Recht auf Befriedigung und dass alle Formen von Leid oder Frustration sind irgendwie, dürfen nicht da sein. Das ist irgendwie, da ist was schief gelaufen. Wir sind auf einer ständigen Suche nach einem Happy End und können Leid vielleicht noch weniger akzeptieren als frühe Menschen das konnten. Das heißt, das ist das eine. Wovor fliehen Buddhisten vor dieser Erfahrung? Das ist das, wovor man sich schützen möchte, wovor alle Menschen sich schützen möchten. Und was tut man? Man sucht nach einer Zuflucht, nach einem Ort, der einen vor dieser Erfahrung schützt. Auch das wieder was, was alle Menschen machen. Wir suchen in sehr unterschiedlichen Orten. Wir suchen uns sozusagen in dem Gewitter, das wir alle erleben, in ganz unterschiedliche Unterschlupfe. Und wir wechseln auch oft und versprechen uns von verschiedenen Dingen Sicherheit oder Sicherheit vor dieser Erfahrung von Unzufriedenheit. Also worum kann man so seine Sicherheit suchen im Leben? Das kann ich wahrscheinlich jetzt wieder selbst fragen. Ich denke, viele Menschen suchen Sicherheit in Beziehung. Meistens in der Beziehung zu einem Partner. Das ist sicherlich ein sehr großes Ideal. Man sucht Sicherheit in vielleicht Familie, ein geborgenes, festes Netz von Beziehungen, mit denen man sehr nahe ist. Man sucht Sicherheit in seinem Job, in seiner Karriere, in seinem Arbeitsplatz. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie schwer Menschen es sind, arbeitslos zu sein. Viele jedenfalls, nicht alle, aber viele. Wo es nicht die wirtschaftliche Seite ist, die für die meisten Leute so bedrohlich ist, weil wir sind ja noch in einem relativ sicheren System, wo man ja nicht wirklich am Hungertuch nagen muss, auch wenn man viel klagt darüber. Man kann arbeitslos sein, man ist nicht wirtschaftlich in großer Not in Deutschland. Aber was die Leute wirklich in Not bringt, ist, dass sie ihre Identität oder ihren Status oder ihr Selbstwert gestillieren. Also wir investieren so viel in unseren Beruf, viele von uns, dass wenn er weg ist, wir gar nicht mehr wissen, wo sind wir eigentlich? Sind wir noch mehr? Und man kann seinen Selbstrespekt verlieren. Das ist unglaublich, wie viel man in diese Beruf, Arbeit reinstecken kann. Offensichtlich. Wir suchen Sicherheit sicherlich auch im Geld. Es gibt ein gutes Gefühl, wenn das Konto bedeckt ist und möglichst noch ein kleines finanzielles Polster da ist. Viele von uns haben Versicherungen. Wahrscheinlich sehr viel mehr, als das noch vor 50 Jahren überhaupt denkbar gewesen wäre, bevor man sich alles versichern kann. Wir denken viel über Altersvorsorge nach. Das heißt, indem wir finanzielle Vorsorgemaßnahmen treffen. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, das ist was, worin wir Sicherheit suchen. Wir suchen Sicherheit im Essen. Wahrscheinlich ist das ein Grund, warum viele Leute Kalorien zählen, weil sie eben nicht nach ihrem Hunger unbedingt gehen, wenn sie essen, sondern wenn Essen auch was anderes suchen. Zufriedenheit. Durch Nahrung irgendwelche anderen Löcher stopfen wollen, als die in unserem Magen. Es gibt Leute, die sich nur richtig wohlfühlen, wenn sie wissen, ich habe einen Vorrat im Kühlschrank. Obwohl ja heutzutage mit den neuen Ladenöffnungszeiten ist ja kein Problem, wenn man nichts im Haus hat, mal eben einkaufen zu gehen. Aber viele Leute haben gerne ihren Vorrat in der Küche. Das gibt so ein Gefühl von Sicherheit. Wahrscheinlich einfach tief biologisch verankert aus der Steinzeit. Ich kenne auch Leute, die auf buddhistische Meditationszeiten fahren und nicht ohne ihre Tafel Schokolade, weil wenn es mal wirklich hart ab hart kommt, muss ich meine Schokolade dabei haben und dann kriege ich gar nicht. Das sind keine Geschäfte. Und dann gibt es viele subtilere Sachen, in denen man Sicherheit sucht, in denen man Zuflucht sucht in dieser Formulierung. Unsere Identität, wer bin ich, was ist mein Stil, was für eine Person bin ich, was für einen Charakter habe ich. Ich habe alle möglichen Geschichten, ich mir selbst erzähle über mich. Bin ich cool? Bin ich romantisch? Bin ich mehr der intellektuelle Typ? Bin ich einfach so leidenschaftlich? Wir haben so diese Selbstbilder, an denen wir hängen. Die wahrscheinlich teilweise auch stimmen, aber wir investieren eine Menge drin. Wir suchen Sicherheit daran, dass wir wissen, wie wir sind und dass wir das irgendwie benennen können. Manchmal so eine ganz einfache Übung, die ich mache, ist, dass ich Leute bitte sich vorzustellen, dass sie jetzt die Kleidung ihres Nachbarn anhaben. Die müssen sich jetzt umschauen. Trauen sie sich. Bei manchen ist es gleich jetzt nicht so, aber schon so Kleinigkeiten könnte man merken, nee, bin ich jetzt in so einem Hemd oder in so einer Bluse? Würde ich mich schon nicht mehr so wohlfühlen? Würde ich mich ein bisschen unbehaltlich fühlen? Ich muss schon die Kleider haben, die zu mir passen, wenn ich hier sitze und mich wohlfühle. Also fest, die Kleider, die wir tragen, geben uns ein Gefühl von Sicherheit. Wenn wir jetzt alle in eine Einheitskutte hier reinkommen müssten, dann sind wir alle ein bisschen so, das bin ich nicht. In unserer Nationalität suchen wir sich halt vielleicht, ist einem das nicht bewusst, bis man wirklich mal im Ausland lebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Nationalität Zuflucht suche, weil ich bin mit einem Holländer verheiratet, habe in Frankreich gelebt und habe ganz viele andere Freunde aus anderen Ländern. aber ich habe es immer wieder gemerkt, in meiner Vorbereitung auf Ordination musste ich sehr oft nach England fahren und war dann auch mehrere Wochen dort auf Meditationszeiten, Studienzeiten und ich merkte, wie ich mich an so kleinen, vollkommen irrelevanten Sachen so festbeißen kann. Ich habe jahrelang jedes Mal mich dermaßen darüber aufgeregt, dass sie löslichen Kaffee haben. Was für eine Frechheit, die wissen doch, dass wir vom Kontinent kommen und die müssten doch eigentlich wissen, dass wir sowas nicht trinken und das wäre doch einfach eine simple Geste von Respekt uns gegenüber, wenn wir schon während Sprache sprechen müssen, wenigstens Filterkaffee von uns zu kaufen. Jahrelang, jedes Mal habe ich wieder diese internen Dialogen geführt und viele andere auch. Ja, weil wir Deutschen trinken keinen löslichen Kaffee, wir trinken Filterkaffee. Die Engel, damit die haben zählt. Es ist lächerlich, ich weiß, es ist heute lächerlich, aber ich könnte darauf wetten, dass die meisten von uns solche lächerlichen Kleinsachen hätten, an denen wir uns festklammern, plötzlich zwei Monate in Indien leben müssen oder in Australien oder in Sibirien oder irgendwo, wo es anders ist. Es gibt bestimmte Sachen, denen wir eine Wichtigkeit zu messen, die wir eigentlich nicht haben, sondern die wir deswegen bekommen, weil es uns ist. Das ist, wie wir es haben. Das ist uns. Und Meinung. Wir suchen Sicherheit in Meinung. Es ist verblüffend, ich kann das an mir selbst beobachten, aber auch an vielen anderen, wenn eine Meinung, die uns wichtig ist, in Frage gestellt wird. Man hat nicht das Gefühl, dass die Meinung angegriffen wird, sondern man fühlt sich persönlich angegriffen. Es ist sehr schnell, wenn jemand wichtige Überzeugungen von mir in Frage stellt, wie ich dann persönlich merke, ich gehe in die Defensiven. Ganz leicht, aber ich gehe in die Defensiven. Ich fühle mich irgendwie in Frage gestellt. Diese Meinung, der gebe ich so in Wichtigkeit. Die Meinung bin ich, das macht mich aus, meine Meinung und meine Weltanschauung. Okay, worin suchen Buddhisten Zuflucht? Natürlich in all diesen Dingen nicht, nein. Ziemlich zu den gleichen Sachen wie jeder andere auch. Buddhismus ermutigt uns, aber genauer hinzuschauen. Genauer hinzuschauen, wo wir Sicherheit suchen. Wirklich genau hinzuschauen, worin suche ich, finde ich Identität, finde ich Sicherheit, finde ich eine Selbstdefinition. Und unsere verschiedenen Zufluchten auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen. Manche sind mehr nützlich als andere. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Und da genauer hinzuschauen, welche Dinge bieten wirklich die Sicherheit oder die Erfüllung oder die Zuflucht, die wir uns von ihnen versprechen. Und da geht es gar nicht um Ideologie, dass es irgendwo eine Liste gibt von den Richtigen und den Falschen, sondern dass wir wirklich in unsere eigenen Erfahrungen schauen, funktionieren sie, diese Strategien oder funktionieren sie nicht? Wie gut funktionieren sie? Ganz nüchtern und ehrlich sich das tragen. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Zimmer sitze und habe existenzielle Unzufriedenheit, Weltschmerz, ein Gefühl von Unzufriedenheit in meinem Leben, dann ist Schokolade eine falsche Zuflucht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Oder wenn er nur ganz, ganz kurz in die Züge ablenkt, aber eigentlich als Antwort auf meine existenzielle Unzufriedenheit funktioniert es nicht. Wenn ich aber akut unterzuckert bin, weil ich nicht schwanger bin, dann funktioniert es. Dann ist Schokolade eine richtige Zuflucht. Wenn ich akut schnell verfügbare Energie und Kalorien brauche, funktioniert Schokolade. Klasse, für Bergwanderer oder so. Also für manche Probleme ist es eine Lösung, für andere ist es keine Lösung. Da genau hinzuschauen. Oder wenn ich Sehnsucht nach Nähe habe oder nach dem Gefühl von Gemeinschaft, dann kann ich Ecstasy schlucken, auf tolle Partys gehen und Ecstasy schlucken und es funktioniert. Kurz, ein paar Stunden funktioniert das. Man hat angeblich, ich habe es nie probiert, und man hat das Gefühl von Glück und von Teil einer großen Familie zu sein und wirklich zusammen zu gehören. Aber am nächsten Morgen sieht das dann ganz anders aus. Also es ist sehr bedingt tauglich. Ich kann mich in eine wilde neue Liebesbeziehung stürzen und mein ganzes Herz einer Person schenken und alle Erfüllung von dieser einen Person erraten. Das funktioniert vielleicht länger als ein paar Stunden. Aber wenn ich zu viel von diesem einen Menschen will, dann ist wahrscheinlich das auch relativ begrenzt. Damit ist natürlich jeder Mensch etwas überfordert. Es gibt auch andere Weisen, Nähe und Wärme und Verbundenheit zu spüren, die eher funktionieren. Und dazu sowas, was ich vorhin sagte, dass wir Geld benutzen, finanzielles Polster, Versicherung, Altersvorsorge, dass wir das benutzen, um Sicherheit zu geben, ist okay. Aber es ist wichtig, klar zu sein, es gibt uns keine absolute Sicherheit. Es ist sicher zu sein, ich glaube, viele Leute machen sich das nicht klar. Ich weiß, ich habe diese Altersvorsorge, da kann ich mich drauf verlassen oder ich habe dieses Geld und dann kommt ein Börsencrash und alles ist weg. Wenigstens zu wissen, es ist okay, sich Vorkehrungen zu treffen, aber zu wissen, diese Vorkehrungen geben mir keine absolute Sicherheit. Im Notfall kann es sein, dass sich alles auflöst und das ist dann auch das ist dann so. Es lohnt mich, dagegen zu kämpfen. Also zu sehen, wie viel Sicherheit, wie viel Gewissheit können die jeweiligen Dinge mir tatsächlich bieten und da ehrlich mit sich selbst zu sein. Und Buddhismus sagt, also manche Zufluchten oder manche Dinge, in denen wir Sicherheit suchen, sind grundverkehrt, sind einfach falsch, die funktionieren nicht. Manche sind in Ordnung, aber begrenzt. Die funktionieren eine Weile, aber es ist nicht eine letztendliche Lösung. Und es gibt nur wenige, die wirklich dauerhaft Sicherheit vor Dukka lieben. Nur sehr wenige. Und das sind eben die drei Zufluchten, die ich schon genannt habe, zu denen ich gleich mehr sagen werde. So nochmal ein Beispiel zu bringen. Wenn ich ärgerlich bin, auf jemanden, kann ich zuschlagen. Das ist eine Falschzuflucht. Das funktioniert nicht. Die Lösung, die Strategie funktioniert nicht. Da wird man Ärger nicht weggehen von. Oder ich kann joggen gehen, nicht richtig abreagieren. Das funktioniert vielleicht über den Moment, aber der Ärger wird wiederkommen, weil der Konflikt nicht gelöst ist. Das wäre sozusagen eine Strategie, die ihren Wert hat, aber einen begrenzten Wert. Die alleine tut es nicht. In dem Moment ist es gleich hilfreich, joggen zu gehen, um erstmal den Dampf abzulassen. Aber ich muss, wenn ich diesen Ärger loswerden will, was anderes tun. Oder eben eine wirklich funktionierende Strategie wäre, den zugrunde liegenden Konflikt wirklich anzusehen. Das ist die langfristig funktionierende Strategie. Und die wirklichen, die wirklich letzten Zufluchten, die absolut zuverlässig sind, betrachten Buddhisten als der Buddha, der Dharma und der Sangha. Oder unter diesen drei Begriffen lassen sie sich zusammenfassen. Und die schauen wir uns jetzt einer nach dem anderen an. Zuerst mal der Buddha. Was heißt es, Zuflucht zu nehmen zum Buddha? Schon gesagt, wenn ich diesen Satz für mich sage, habe, dann denke ich mehr an die Möglichkeit von Erleuchtung oder von Erwachen, die Möglichkeit einer anderen Verfassung, Bewusstseinsverfassung zu bekommen, als die ich jetzt habe. Ich denke weniger als an historische Personen vor Lahrzeit sein. Also wenn ich sage, ich nehme Zuflucht zu Buddha, dann heißt das, für mein Leben ist mein höchstes Ideal, wirklich Weisheit, Mitgefühl, Energie, in mir zu ruhen, eine Harmonie mit mir und mit der Welt und mich herum zu bekommen. Das sind so eine Beschreibung dessen, was man, oder Erleuchtung nimmt. Das ist mein höchstes Ideal. Danach strebe ich und ich möchte mich verändern und ich möchte, dass das mein Leuchtfeuer ist, dieses Bild, dieses Ideal, davon, was ein Mensch werden kann. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber das ist mein Ziel, das ist, worauf ich meinen Kompass richte. Der Weg dahin wird sicherlich viele Kurven haben, aber das ist mein letztendliches, meine Richtung, in die ich gehen will. Wenn wir Zufriedenheit suchen, meistens versuchen wir, etwas in der Außenwelt zu ändern. Meistens, wenn wir nach, ich bin unzufrieden, versuchen wir erst mal, etwas in unserer Außenwelt zu ändern. Neuer Partner, neuer Job, neues Haus, neue Nachbarn, neue Arbeitskollegen. Und die Erfahrung zeigt, dass es oft nicht funktioniert, dass egal wie viel wir in der Außenwelt verändern, wir einfach es nicht schaffen, die Welt so zu gestalten, dass sie uns wirklich hundertprozentig passt. Das ist die Erfahrung, die ich vorhin beschrieben habe, die Erfahrung von Dukkow. Und Buddhismus lehrt, dass es nur möglich ist, wirklich diese Erfahrung von Unzufriedenheit zu lösen, indem man nicht versucht, die Welt um sich herum in eigenen Wünschen anzupassen und ständig zu verbieten und zu manipulieren, sondern indem man in sich selbst etwas verändert, in der eigenen Haltung. Ich werde nie den Partner kriegen, den ich mir wünsche, den gibt es nicht. Aber ich kann in meiner Erwartung, in meiner Vorstellung, in meinem Herzen etwas verändern, was mich mit diesem Partner glücklich sein lassen kann. Also das ist eine grundlegende Lehre im Buddhismus, dass die Lösung für Unzufriedenheit, für diese Erfahrung im eigenen Geist liegt. Das ist in meiner Geistesverfassung. Ich muss einen Bewusstseinszustand erlangen, der mich glücklich macht. Ja, Glück finde ich nicht im Außen, sondern in Ihnen. Also alles Leid kommt letztlich daher, dass wir von den Dingen in der Außenwelt, von den Menschen in der Außenwelt, Dinge erwarten, die sie mit leisten können. Und statt dann ständig die zu verändern, die es besser in die Erwartungen zu verändern. Was natürlich sehr viel leichter gesagt als getan ist. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und diese Erfahrung ist das, was mit Bruderschaft gemeint wird oder mit Erwachen. Die Erfahrung von im wirklichen Einklang mit der Wirklichkeit zu sein. Nicht zu denken, dass meine Kinder immer so süß bleiben, wie sie jetzt sind, sondern die werden sich verändern, die sollen sich verändern. Das weiß ich im Kopf, aber oft hält man an den Dingen fest. Und diese Erfahrung von Erleuchtung oder Bruderschaft ist ein Zustand, in dem man genießen kann, ohne zu verlangen. In dem man lieben kann, ohne festzuklammern. Ein Zustand, der, obwohl er von großer innerer Stille und Ruhe charakterisiert ist, zugleich eine ganz tiefe Verbundenheit mit allen Lebenden erfahren ist. Das ist eine der Beschreibungen von dieser Geistesverfassung, diesem Leuchtungserlebnis, diese tiefe Verbundenheit, zu spüren, dass man wirklich in Verbundenheit mit allen existiert. Das heißt, Zuflucht zu nehmen zum Bruder, heißt dieses Ideal, als ein Leuchtfeuer zu nehmen, wie ich schon gesagt habe. Das als meine Richtung zu sehen. Das heißt, alles Geringere, was ich erlebe, was ich erlangen mag in meinem Leben, alles, was ich schatten kann, da bleibe ich nicht stehen, sondern das ist das, wo ich hin will. Bei nichts Geringerem bleibe ich stehen, bei nichts Geringerem werde ich mich zufrieden geben. Dann Zufluchtnahme zum Dharma. Ich habe gesagt, Dharma kann man übersetzen als die Lehre des Buddhismus. Verschiedene Lehren, die der Buddhismus im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat. Das ist ganz wichtig, denn man könnte natürlich dieses tolle Ideal haben. Ich wäre gerne ein toller Mensch, ein Erleuchteter, voller Weisheit, voller Mitgefühl, voller Empathie. Und dann sitze ich da und denke, wie toll wäre das, wenn ich da wäre. Buddhismus bietet auch konkrete Methoden, um an sich zu arbeiten, um in diese Richtung Schritt für Schritt zu gehen. Das heißt, damit diese Absicht nicht wahr und abgehoben bleibt, ist es wichtig, ein konkretes Trainingsbilder, Programm aufzunehmen. Und das ist, was Buddhisten tun, wenn sie sagen, ich nehme Zuflucht zum Dharma. Sie suchen ihre Sicherheit und sie legen ihr Vertrauen in bestimmte Methoden, die helfen, langsam, ziemlich langsam, aber beständig, tatsächlich sich selbst zu verändern. und einige, die berühmteste Methode ist wahrscheinlich Meditation. Die meisten Leute werden Buddhismus irgendwie mit Meditation in Verbindung bringen, also eine ganz gezielte Arbeit am eigenen Geist. Da gibt es oft ganz, ganz viele verschiedene Techniken, die für verschiedene Temperamente geeignet sind. Wenn ich sehr viel mit Aggression oder mit Ärger zu tun habe, gibt es bestimmte Meditationen, die da helfen und andere helfen, vielleicht wenn ich sehr müde oder lethargisch bin. Das ist wie so ein Medizinkästchen, wo es verschiedene Gegend gibt, die zu verschiedenen Schwierigkeiten gibt, die man haben kann. Und eine andere, sehr, sehr wichtige der Methoden ist die Übung von Ethik. Ich habe vorhin diese fünf ethischen Grundsätze genannt, ich werde da nichts Näheres drüber sagen, aber das ist ein sehr wichtiger Aspekt von buddhistischer Übung, ist das eigene Verhalten genauer und genauer zu betrachten und zu merken, was motiviert mich, warum tue ich, was ich tue, was für eine Wirkung hat das. Sehr genau sich selbst anzuschauen und furchtlos zu sein, weil man sieht auch Sachen, die einem unangenehm sind. Das sind die zwei wichtigsten Methoden, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere konkrete Methoden, die man anwenden kann, um tatsächlich an sich selbst anwenden, einig zu sein, nach und nach zu arbeiten, zu feilen. Die zweite Bedeutung des Wortes Dharma ist Wirklichkeit. Die erste Bedeutung als Lehre oder Methode, die zweite ist Wirklichkeit. Das heißt, in dem Sinne kann ich nehme Zuflucht zum Dharma auch bedeuten, ich will die Wahrheit und nichts heißt die Wahrheit, ich will die Wirklichkeit. Ich will nicht mir irgendwas vormachen, ich will mich nicht mit bequemen Antworten zufriedengeben. Ich möchte wirklich die Wahrheit, ich möchte verstehen, ich möchte sehen, wie die Dinge sind. Auch das hat eine wichtige Bedeutung dieser zweiten Zuflucht. für die Wirklichkeit ist das, woran ich mich orientieren will, nicht irgendwelche tollen Ideen in meinem Kopf. Dann das dritte, wenn ich sage, ich nehme Zuflucht zum Sangha. Sangha bedeutet die Gemeinschaft der Übenden. Und im weitesten Sinne könnte man sagen, dass Zuflucht zum Sangha bedeutet, dass ich Begegnungen oder Beziehungen suche in meinem Leben, die mich in diesen Streben unterstützen. Dass ich irgendeine Form von Beziehung zu einigen Menschen suche, die mir wirklich hilft, über mich selbst hinüber zu gehen, immer wieder zu wachsen, immer wieder auch neue Schritte ins Unbekannte zu machen, an mir zu arbeiten. Und viele Beziehungen tun das nicht. Ich denke sehr oft, wenn wir miteinander kommunizieren, ist es mehr, dass wir uns gegenseitig in dem Bestehen und bestätigen. So, ja, ja, so gute Freunde sagen oft, bleib wie du bist. Bleib wie du bist. Das Schlimpse, was man einem Buddhisten sagen kann. Bleib wie du bist, weil wir wollen uns ja verändern. Noch schlimmer als alte Freunde, nicht-buddhistische Freunde, die man nach zehn Jahren sieht, die sagen, Mensch, hast dich gar ein bisschen verändert. Oh Gott, was habe ich zehn Jahre laufen, sind tiefen gemacht. Aber die gucken natürlich noch nicht tief genug. Also oft ist Kommunikation sehr so ein sicheres Spiel. Man hat Umgangsform miteinander, die ziemlich sicher sind. Man spielt bestimmte übereingekommene Spielchen miteinander, gesellschaftlich akzeptierte Spielchen. Es ist selten, dass man wirklich eine sehr unmittelbare, direkte Begegnung von Mensch zu Mensch hat. Furchtlos, wirklich so, von Herz zu Herz, ohne irgendwelches Spielchen. Und das ist die Qualität von Sangha, diese wirkliche Begegnung und eine Art von Begegnung, die mir hilft, meine Möglichkeiten zu sehen. Nicht in dem bestätigt, was ich bin, sondern die sieht, wo noch Raum für Entfaltung ist. Diese Art von Kommunikation und Begegnung ist das, was gemeint ist, wenn ich sage, ich nehme Zuflucht zum Sangha. So, ich hatte gesagt, es gibt drei Aspekte in diesem Zufluchtnehmen. Wovon wir wegfallen, dazu habe ich eine Menge gesagt, diese Erfahrung von Unzufriedenheit. Worin suchen wir Sicherheit? Diese vielen verschiedenen Ebenen von Dingen, in denen wir Sicherheit suchen. Und das dritte ist die Bewegung dahin. Das ist ganz wichtig, diese Elemente von Bewegung in dieser Formulierung. Vielleicht das Wichtigste überhaupt an dieser Formulierung. Ich nehme Zuflucht. Ein Kompass ist nur nützlich für Leute, die unterwegs sind. Wenn ich auf meiner Terrasse sitze und einen Kompass benutze, wird das ziemlich schnell langweilig. Das heißt, ich sitze in einem Drehstuhl. Ein Kompass ist nur nützlich und spannend, wenn ich wirklich unterwegs bin und auch in einem unbekannten Gelände unterwegs bin. Das heißt, bis zu sein, heißt in Bewegung zu sein und in Veränderung zu sein, unterwegs zu sein. Das heißt nicht, ich sitze da in meinem Lehnstuhl und sage, ja, ich glaube daran, Erleuchtung, finde ich klasse, gibt es. Oder ich halte etwas für wahr, sondern das heißt, ich bewege mich aktiv auf etwas zu. Ich nehme ein Training auf mich. Das nützt nichts, wenn ich sage, der Mount Everest ist mein Ziel, das finde ich wunderbar, da wäre ich so gern mal. Wenn ich dann hin will, muss ich anfangen zu trainieren. Dann brauche ich einen qualifizierten Coach und dann muss ich anfangen, hart zu trainieren, Jahr um Jahr, bis ich körperlich fit genug bin, tatsächlich auf den Mount Everest zu klettern. Ich muss lernen und genauso ist das mit dem Buddhismus. Es reicht nicht, was Tolles zu sehen, zu sagen, oh, der Dalai Lama, was hier so eine Ausstrahlung hat, so friedlich, boah, so gern, das wäre ich auch gerne mal. Sondern Zuflucht nehmen heißt, zu glauben, dass ich das auch werden kann. Da ist auch ein Glauben drin. Ich kann das auch werden, ich kann mich wirklich verändern. Oft denken wir, dass wir uns so ein bisschen verändern können, aber oft glauben wir nicht, dass wir uns wirklich ganz im Gapfh ändern müssen. Es gibt nichts an uns, was fest und unveränderlich ist. Es gibt manche sehr hartnäckige Seiten, das muss man sagen. Aber nichts, was ganz sogar unveränderlich ist. Und in der ursprünglichen Sprache, in der uns diese Formulierungen überkommen sind, das ist das Pali, eine der altindischen Sprachen, heißt, ich nehme Zuflucht, heißt, Saranang Gachami. Saranang heißt Zuflucht, Schutz, und Gachami heißt, ich gehe. Also sehr aktiv, ich gehe in diese Zuflucht. Das kann man im Deutschen so nicht übersetzen, wir nehmen Zuflucht, das ist etwas Passives. In der ursprünglichen Sprache, genauso wie im Englischen, I go for refuge, das ist etwas sehr Aktives, Gachami, ich gehe, ich bewege mich darauf zu. Ich arbeite wirklich daran. Ich habe vorhin gesagt, das Konvertieren zum Buddhismus darin besteht, diese Zufluchten zu rezitieren, das sozusagen zu erklären. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha, und ich möchte diese fünf ethischen Grundsätze üben. Aber das macht man nicht nur einmal. Wenn man es einmal gemacht hat, ist man so formell Buddhist. Aber eigentlich muss man es wieder und wieder und wieder tun. Also die meisten Buddhisten, die ich kenne, rezitieren diese Zufluchten und Vorsätze täglich. Und es ist nicht nur ein Ritual, dass man sich daran erinnert, sondern man muss wirklich sich täglich neu entscheiden. Will ich da wirklich hin? Weil so der Sog in die andere Richtung so groß ist. Und selbst wenn man es täglich rezitiert, eigentlich muss man sich hundertmal am Tag entscheiden. Hundertmal am Tag muss man sich entscheiden. Gugel ich auf den Kompass und wenn ich gesehen habe, was er mir anzeigt, will ich da hin? Da sind Dornen, ich will jetzt lieber da hin. Und also hundertmal am Tag habe ich Situationen, wo meine Kinder was tun und ich merke, dass ich mich entweder jetzt ärgern kann und wirklich laut werden kann, vielleicht sogar ein bisschen gewalttätig, indem ich wirklich anfange zu brüllen oder so rausschmeiße. Oder ich habe die Wahl, anders damit umzugehen. Und ich muss entscheiden. Ich gucke auf den Kompass, ich weiß, was mir der Buddhismus sagt, aber ich tue es nicht immer. Ich entscheide mich. Oder ich habe einen Termin vergessen. Auch peinlich. Und es wäre so leicht, eine Ausrede einfallen zu lassen. Wird kein Wehtun, würden die ja nie merken. Aber es ist unehrlich. Und meine Kompass zeichnet eine Richtung, die wirklich Einklang mit der Wirklichkeit ist. Einklang mit der Wirklichkeit ist vollkommen aufrichtig. Da will ich hin. Wie kann ich da hin, wenn ich dann in kleinen Angelegenheiten anfange, die Wahrheit zu verbiegen? Nehme ich die Peinlichkeit auf, nicht dann ehrlich zu sagen, ich habe es vergessen? Oder biege ich doch die Wahrheit, weil es bequem ist? Oder ich merke, ich gehe durch die Innenstadt und ich komme am Laden, und ich sage, das ist toll, das hätte ich gern. Gucke ich auf den Kompass, der mir sagt, Begehren wird nicht geringer, nur weil man es immer sättigt. Begehren, Zufriedenheit ist der größte Reichtum. Nicht das immer wieder anhäufen von Dingen, die man begehrt. Gucke ich auf den Kompass, oder sage ich, ach nee, ab und zu muss man sich was gönnen, und kauf mir das. Also tausendmal, hundertmal am Tag habe ich diese kleinen Momente, wo ich entscheide. Und natürlich, alle Buddhisten entscheiden mal mit, mal ohne Kompass, mal gucken sie auf den Kompass und denken, heute manchmal was anderes. Und deswegen wird sie dir dann am nächsten Morgen wieder den Zufluchten im Vorsatz, um sich daran zu erinnern, in welche große Richtung sie wollen. Und vielleicht kann ich das als abschließendes Bild nochmal einfach hinstellen. Das Leben als Buddhist ist wie eine Art Wanderung durch unwegsames Gelände. Also gebirgig und steinig und dann zwischendurch undurchdringlicher Wald. Nicht so schöner Wald wie bei uns. Richtig undurchdringliches Gestrüpf und manchmal gefährliche Sümpfe. Und Buddhisten haben diesen Kompass, diesen Kompass des Herzens bei sich. Und diese Nadel zeigt auf drei Punkte. Zeigt einmal dieses Ideal des Erwachens, diese Möglichkeit eine Verfassung zu haben, die ganz anders ist als die, die ich jetzt habe. Die von Weisheit mit Gefühl getragen ist in tiefer Harmonie mit sich selbst und anderen. Das ist wo diese Nadel der Sehnsucht hin zeigt. Da möchte ich hin. Und die andere Nadel zeigt auf den Daumen, auf die Wirklichkeit. Ich möchte wirklich im Einklang mit der Wirklichkeit liegen, nicht immer wieder im Gegensatz zur Realität. Und die dritte Nadel, die Sehnsucht nach Begegnung mit anderen Menschen, die nicht wirklich als das sehen, was ich bin, mit Streben zu und voller Möglichkeiten, voller Unzulehnlichkeiten, des Unmittelbares. Und von dieser Sehnsucht, von diesem Kompass des Herzens geleitet, wir geben uns durch dieses unwegsame Gelände mit vielen Umwegen den Weg dahin. Das ist auch sehr verschlungen. Wir wollen uns immer weiter gehen, geduldig, auch ziemlich entschlossen mit viel Energie. Ja, vielleicht hat Ihnen das einen Eindruck gegeben, was es heißt, buddhistisches Leben zu führen. Vielleicht haben Sie etwas Neues erfahren. Das wäre schön. Und auf jeden Fall möchte ich zum Schluss den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, egal ob Sie jetzt Buddhisten sind oder nicht, dass Sie, was auch immer Sie im Leben möchten, dass Sie Ihren Kompass, Ihren eigenen, ganz persönlichen Kompass haben und wissen, wo Sie hin wollen und diesem Weg auch folgen können, furchtlos, den Weg zu dem, wo Sie hin wollen. Und ich habe noch zum Schluss ein Zitat, was das sehr schön zum Ausdruck bringt von einem tibetischen Meister aus dem 14. Jahrhundert. Der menschliche Körper in Frieden mit sich selbst ist wertvoller als der seltenste Edelstein. Schätze deinen Körper, er gehört dir nur dieses Mal. Die menschliche Form ist schwer zu erlangen, leicht zu verlieren. Alle weltlichen Dinge sind flüchtig wie ein Blitz am Himmel. Dieses Leben ist wie das kurze Aufspritzen eines Regentropfens, ein Ding der Schönheit, das vergeht kaum, dass es entstanden ist. Deshalb setze dein Ziel, nutze jeden Tag und jede Nacht, es zu erreichen. schütteln Sie, das ist ein Thema, es ist ein Thema, ein Thema, es ist ein Thema, es ist ein Thema, es ist ein Thema. Untertitelung des ZDF, 2020